Das arme Mädchen von der Pest befallen fordert zur Ergebung in das Schicksal auf. Was weißt zu finden, vergib ihr, wenn die Beule brach, sie brach aus deinen Sünden. Richter geht dem Sünder nach, wo er ihn weiß zu finden. Nimm's hin, wenn er dich schuldig sprach, sein Schwert tilgt deine Sünden.